Heute geht es um das Verb «sich verlassen auf jemanden». Auf wer oder was kannst du dich heute noch verlassen? Auf wer oder was kannst du dich heute noch verlassen? Ich verlassen mich drauf, du verlassen dich drauf, er verlassen sich drauf, sie verlassen sich drauf, es verlassen sich drauf, wir verlassen uns drauf, ihr verlassen euch drauf und sie verlassen sich drauf. Können wir uns auf unsere Politiker verlassen, dass sie sich immer fürs Wohl vom Volk einsetzen? Kann man sich auf die Bürger verlassen, dass sie bei schwierigen, komplexen Fragen die richtigen Entscheidungen treffen? Kann ich mich auf meine Familie und Freunde verlassen, auch wenn es mir nicht gut geht? Ich verlassen mich auf dich, du verlassen dich auf mich, er verlassen sich auf sie, sie verlassen sich auf ihn. Wir verlassen uns auf euch, er verlassen euch auf uns und sie verlassen sich auf sich. Wir müssen uns auf die Bibel her, wir verlassen sich auf uns und sie verlassen zu.. Wir müssen uns auf uns und sie auch machen, auf uns ein bisschen bewegt drauf, wir verlassen sich auf ihr… Wir müssen uns auf… seite gehafe und vertraue das ist sie von der katrin erne von swiss german online punkt com